Einen wunderschönen Mittwochvormittag hier aus dem Studio der WK Industriemedien. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Webinarreihe Praktikable Lösungen für die Energiewende in der Industrie, die wir gemeinsam mit dem Verbund durchführen. Mein Name ist Rudolf Leudl, ich bin Chefredakteur des Industriemagazins und ich begleite Sie durch die nächsten 60 Minuten. Worum geht es hier heute konkret bei uns? Um das Zukunftsthema Energie für die Industrie, den grünen Wasserstoff. Die Weichen sind gestellt. Von der Stahlerzeugung bis hin zu Mobilitätslösungen setzen Energieunternehmen wie der Verbund gemeinsam mit Industriepartnern in Pilotprojekten, Wasserstoffprojekte um. Wie auch Sie grünen Wasserstoff in Ihre Energiestrategie aufnehmen können und in welchen Anwendungsbereichen das für Sie als mittelständisches Unternehmen relevant sein wird, wollen wir heute diskutieren. Erlauben Sie mir vorab aber noch zwei Hinweise. Alle unsere Gäste, die Sie dann... Begrüße ich Martin Wagner. Martin ist Geschäftsführer der Verbund Energy for Business GmbH, der im vergangenen Jahr neu gegründeten B2B-Vertriebseinheit des Verbunds. Er erklärt uns jetzt, was die Energy for Business eigentlich so tut. Bitte Martin. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Energiewirtschaft hat sich in den letzten Jahren rasant geändert. Während vor 20 Jahren, als ich eingestiegen bin in diese Branche, das Ganze noch eine recht beschauliche Geschichte war, ist es mittlerweile der Brennpunkt für eines der wesentlichsten Themen unseres Planeten, nämlich für die Nachhaltigkeit. Und hier begleiten uns einige Trends, die ich gleich einleitend mitgeben möchte. Auf der einen Seite, wenn man sich nämlich den Stromverbrauch anschaut, dann sieht man, dass es ganz massiv neue Themen gibt, wo immer mehr Energie gebraucht wird. Also die Elektrifizierung schreitet voran, beginnend vom Hitze-Kälte-Bereich daheim, bis über die Elektromobilität, bis hin eben zum Einsatz von neuen Technologien und Substitutionen in Unternehmen. Und da spielt ganz oft der Wasserstoff und für uns insbesondere der grüne Wasserstoff eine ganz massive Rolle. Also das heißt, der Stromverbrauch steigt massiv. Auf der anderen Seite schauen wir uns die Energieerzeugung an. Und dort tut sich auch einiges. Konventionelle Energieerzeugung, insbesondere kalorische, geht aus dem Markt. Auf der anderen Seite kommt die erneuerbare Energieerzeugung massiv dazu, mit Photovoltaik, mit Windenergie, die hier eine ganz wesentliche Rolle in Zukunft spielt. Und die auch dazu führt, dass im Netz die Volatilitäten extrem stark steigen. Und dass hier ein Ausgleich geschaffen werden muss. Und das ist das dritte Thema, die Flexibilität. Die Flexibilität ist wohl das neue Gold in der Energiewirtschaft. Also flexible Assets, beginnend von Pumpspeichereinheiten in den Alpen bis hin zu kleinen Batterien bei Industriekunden, gleichen unser System aus und tragen dazu bei, dass es versorgungssicher in der Energiewirtschaft weitergeht. Und das vierte Element sind wohl die Netze. Auch die Netze sind nicht unbeeinflusst von diesen Trends. Und hier gilt es einfach, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Ausbau der Netze auf der einen Seite und intelligenten Flexibilitäts-Assets auf der anderen Seite zu schaffen. Und hier ist es tatsächlich so, dass der Wasserstoff eine ganz wesentliche Rolle spielt. Vielleicht aber kurz zurück zum Verbund und das, was wir dazu beitragen können. Verbund ist der Wasserkraftproduzent in Österreich und auch einer der größten Produzenten in Europa. Mit unseren 129 Wasserkraftwerken bieten wir schon derzeit das Rückgrat der nachhaltigen Versorgung von Österreich und sind auch zweitgrößter Erzeuger in Deutschland. Und wir haben uns große Ziele gesetzt vor dem Riesenziel, das man sich in Österreich gegeben hat, bis 2030 nur erneuerbar zu sein mit zusätzlichen 27 Terawattstunden, haben wir gesagt, wir sehen das noch größer, wir sehen das in Europa und werden ein Viertel unserer Eigenerzeugung als erneuerbare Energie ausbauen in Europa. Und das beträgt circa 3.800 Megawatt, die hier zusätzlich ausgebaut werden sollen. Wir können in der Gesellschaft, um die ich persönlich mich kümmern darf, in der Verbund Energy for Business auch einiges dazu beitragen. Wir sind das Vermarktungsunternehmen von Verbund, wo die kompletten Eigenassets, das heißt einerseits die Laufkraftwerke, von denen wir gesprochen haben, andererseits auch die Pumpspeicher gesteuert und eingesetzt werden im Sinne des Energiemarktes. Und was wir in allen Know-how hier generieren, versuchen wir auch in Richtung der Vermarktung von Drittassets zu verwenden, also das heißt auch für die Vermarktung von kleineren Windkraft- und Photovoltaikerzeugern. Wir versuchen aber auch Kunden heranzuführen an den Flexibilitätsmarkt und hier natürlich strikt getrennt von unseren eigenen Assets hier in die Vermarktung hineinzugehen. Wir tun das nicht nur in Österreich, sondern auch international und einer unserer wesentlichsten Märkte, der uns schon seit vielen Jahren beschäftigt, ist Deutschland. Wir sind vor circa 20 Jahren mit der Mission nach Deutschland gegangen, die erneuerbare Energieerzeugung, insbesondere Wasserkraft, nach Deutschland zu bringen. Und man kann sagen, das ist sehr gut gelungen, denn in Deutschland war die Bereitschaft, hier auch zu akzeptieren, dass man hohe Qualität kauft, für diese Qualität auch einen gewissen Preis zu bezahlen, durchaus hoch und deswegen freuen wir uns, dass wir heute 300 oder über 300 Kunden in Deutschland beliefern dürfen mit unserem Wasserkraftprodukt, auf das wir stolz sind, circa 40 Prozent auf die Weiterverteilerseite, circa 15 Prozent in Richtung von Industriekunden und den Rest in Richtung der Vermarktung von eigenen kleineren Anlagen. Aber vielleicht einen weiteren Blick auf die Elemente von Verbund, die weniger bekannt sind. Auf der einen Seite haben wir natürlich unsere Konzentration auf die Vermarktung der Wasserkraft, auf den Verkauf von Kilowattstunden, von Herkunftsnachweisen. Das Ganze natürlich im Jahr 2021 State of the Art unterstützt durch alle möglichen Plattformen, mit denen Zustandsmeldungen abgesetzt werden können. Aber auf der anderen Seite auch durch eine Einbindung unserer Kunden in den Flexibilitätsmarkt, wo wir einen Pool geschaffen haben, der durch Erzeugungskapazitäten, aber auch Verbrauchskapazitäten am Energiemarkt eingesetzt wird, so ähnlich wie unsere großen Pumpspeicherkraftwerke, aber wie gesagt, streng getrennt davon vermarktet. Und hier eine schöne Sache schafft, nämlich, dass unsere Kunden in dieses System zwischen Netzbetrieb, Erzeugung und dem Kunden hineingenommen werden und dass auch Erlöse, die in der Vergangenheit nur in der Energiewirtschaft waren, jetzt hier hinaus rotieren. Das ist die eine Seite, die sehr stark stromorientiert ist. Die andere Seite, die uns heute beschäftigt, da geht es sehr stark um den Aufbau von Anlagen. Bei diesen Anlagen planen wir, wir investieren. Wir haben diese Anlagen auch über 10 bis 20 Jahre auf unseren Büchern und liefern unseren Kunden nur die Leistung, die aus diesen Anlagen generiert wird. Das kann auf der einen Seite die Photovoltaikanlage am Dach unserer Kundinnen und Kunden sein, wo dann die Kilowattstunde direkt vom Kunden verbraucht wird. Das kann die Leistung eines Batteriespeichers sein, der entweder für den Kunden, um dessen Leistung zu glätten, oder auch für den Energiemarkt eingesetzt wird. Das kann die Leistung einer Ladestation für die Elektromobilität im Flottenbetrieb sein oder aber auch die gemeinsame Entwicklung eines Elektrolyseurs für die Erzeugung von grünem Wasserstoff. Und genau darüber wird uns Peter Eiler noch einiges erzählen. Ich bedanke mich einstweilen für Ihre Aufmerksamkeit und diesen Blick in das Erzeugungsportfolio oder das Produktportfolio von Verbund. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Martin. Unser zweiter Gast, Martin hat ihn schon angekündigt, ist der Mann für den Wasserstoff bei der VEB. Das ist Peter Eiler. Peter ist Leiter des Hydrogen Centers, der Verbund Energy for Business GmbH und verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Wasserstoffprojekten. Wo Wasserstoff in der Industrie zukünftig vorwiegend eingesetzt werden wird und welche Rolle der Energieträger auch in Ihrem Unternehmen spielen könnte, wird er uns jetzt erzählen. Bitteschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuschalten heute in der Früh. Ich freue mich, Ihnen das Thema Wasserstoff heute näher bringen zu können. Und da es zu dem Thema sehr viel zu erzählen gibt, möchte ich mich gleich vorab entschuldigen. Wir werden heute ein bisschen überziehen, aber ich kann Ihnen versprechen, es wird noch genug Zeit überbleiben, um auf Ihre Fragen einzugehen. Damit möchte ich eigentlich gleich starten und im ersten Schritt meinen alten Geschichtslehrer glücklich machen. Und zwar mit einem kurzen Rückblick in die Geschichte des Wasserstoffs. Wasserstoff ist jetzt keine neue Erfindung. Die ersten Wasserstoffvisionen sind mittlerweile schon 150 Jahre alt. Wasserstoff oder die Entdeckung des Wasserstoffs eigentlich noch älter. Gehen zurück bis 1766. Der Britte Henry Cavendish hat das Element Wasserstoff entdeckt. Nicht viel danach, 40 Jahre danach ist auch die Elektrolyse, das Prinzip der Elektrolyse erfunden worden. Und wiederum knapp 40 Jahre danach das Prinzip der Brennstoffzelle. Ich habe gerade schon angesprochen, die Wasserstoffvisionen sind keine Erfindung unserer Zeit. Jules Verne hat in seinem Buch »Die geheimnisvolle Insel« bereits 1874 Wasserstoff als die Kohle der Zukunft präsentiert. Und hat da auch von Wasserstoff oder von Elektrolyse als Produktionsmöglichkeit für Wasserstoff gesprochen. Ein Problem, das er damals noch nicht lösen konnte, das uns bis heute begleitet ist, woher kommt der Strom für den grünen Wasserstoff her. Da gab es aber andere Vordenker, die sich damit beschäftigt haben. Sargonscheibe im Jahr 1895 hat der dänische Physiker Paul Lacoeur den ersten Windelektrolyseur errichtet. Was allerdings anders war als ein Windrad in der Zeit. Und da die Erzeugung genauso wie heute noch sehr volatil war, hat er einen Elektrolyseur mit dem Windrad verbunden, um die Energie speichern zu können. Hat dadurch diesen Wasserstoff in die nahegelegene Volksschule geliefert, wo sie zu Beleuchtungszwecken eingesetzt worden sind. Man könnte also durchaus vom ersten Hydrogen Valley sprechen. Das ganze Thema hat sich weiterentwickelt und hat auch industrielle Maßstäbe erreicht. Im Jahr 1909 haben die Herren Bosch und Haber das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren entwickelt. Das ermöglicht Ammoniak aus einer Synthese von Wasserstoff und Stickstoff im industriellen Maßstab zu erzeugen. Das Verfahren wird auch heute noch so verwendet und ist einer der größten Anwendungsgebiete von Wasserstoff. Weiter geht es mit der Erfindung der Brennstoffzellen. Die wurden als ersten Anwendungsfall in der Raumfahrt angewendet. In den Raumfahrtmissionen in den 60er Jahren wurde Wasserstoff nicht nur als Treibstoff der Raketenantriebe genutzt, sondern auch für die Versorgung der Astronauten mit Wärme, Strom und Trinkwasser. Das in Kombination mit der ersten Ölgrüße in den 70er Jahren hat sozusagen zum ersten Wasserstoffboom geführt. Man hat sich überlegen müssen, wie könnte eine Energieversorgung aussehen, die nicht mehr abhängig ist von fossilen Energieträgern. Die Ölgrüße damals war zum Glück nicht sehr nachhaltig. Dadurch ist dieser erste Wasserstoffboom auch wieder ein bisschen abgeebbt. Der zweite kam mit der Weiterentwicklung der Brennstoffzellenfahrzeuge. Ich habe hier als Beispiel Mitte der 90er Jahre das NECA, das No Emission Car, das den Namen, der ein bisschen angelehnt hat, im Fluss NECA ist, trägt, weil das was irgendwo in der Nähe von Stuttgart entwickelt worden ist. Aber auch da haben wir nach wie vor das Thema, dass Wasserstoff als Anwendungstechnologie in der Mobilität zu teuer war und auch die Infrastruktur nicht vorhanden war. Jetzt kommen wir zur jetzigen Zeit, zum dritten Boom der Wasserstoffgeschichte. Und da ist ein ganz zentrales Thema unser Kampf gegen den Klimawandel. Ich habe beispielhaft das Pariser Klimaabkommen 2015 angeführt, wo wir uns das Ziel gesetzt haben, als globale Gemeinschaft die Klimaerwärmung deutlich unter 2 Grad oder eigentlich unter 1,5 Grad zu halten. Zum Schluss noch zu der Folie. Vor 150 Jahren hat Schuwerin seine Wasserstoffvision beschrieben. Wir haben mit der EU Wasserstoffstrategie, die wir letztes Jahr bekommen haben, sozusagen Ursula von der Leyen's Wasserstoffvision. Die sagt, wir wollen bis ins Jahr 2025 oder 2024 6 Gigawatt an Elektrolyseleistung errichtet haben. Sogar noch weitere, also 40 Gigawatt bis ins Jahr 2030. Damit würde ich mit der Geschichte Schluss machen und nochmal auf den Punkt eingehen, warum jetzt Wasserstoff so relevant ist, obwohl es doch in der Vergangenheit schon längst erfunden gewesen ist. Ich will Ihnen gar nicht die Kurve nochmal erklären, die kennt Sie sicher aus diversen Vorträgen. Aber wir haben einfach das Problem von globalen Treibhausgasvisionen, die seit Ammigin eigentlich der Interestualisierung kontinuierlich ansteigen. Der aktuelle Pfad, den wir oben in Pink sehen, hat sich auch, jetzt hätte ich beinahe gesagt nach Covid, aber eigentlich noch während Covid, nicht wirklich signifikant verändert. Selbst die kommunizierten oder beabsichtigten nationalen Beiträge führen global im besten Fall zu einer Stagnation der Treibhausgasemissionen. Wenn wir runterkommen wollen Richtung 2 Grad oder sogar 1,5 Grad, werden wir massive Maßnahmen setzen müssen, um das zu erreichen. Das ist nur das kurze Einleitung. Und wenn ich sage, Dekarbonisierung ist der Treiber der Wasserstoffentwicklung, dann kommen wir gleich zur Farbenlehre des Wasserstoffs. Vielleicht vorneweg, Wasserstoff ist das häufigste Element auf der Erde, ist natürlich auch das leichteste. Und wenn Sie sich an den Chemieunterricht erinnern, das erste Element im Periodensystem. Es ist zwar das häufigste, aber es kommt nur in gebunden oder fast ausschließlich in gebundener Form vor. Einerseits natürlich in Wasser, H2O, andererseits auch in Kohlenwasserstoffketten, was im Prinzip fossile Energieträger sind. Da kommen wir auch gleich zur ersten Farbe in der Palette, den grauen Wasserstoff. Grau Wasserstoff basiert auf Erdgas, der wird durch Dampfreformierung aufgespalten, sodass wir Wasserstoff, das heißt H2-Molekül, und CO2 oder gasförmiges CO2 bekommen, das im Prozess in die Atmosphäre abgestoßen oder ausgeschieden wird. Auf der rechten Seite sehen Sie die CO2-Emissionen. Beim grauen Wasserstoff reden wir von ca. 10 Tonnen pro Tonne Wasserstoff. Die 13 Tonnen oder die zusätzlichen drei Tonnen ergeben sich durch die Emissionen, die bereits bei der Erdgasförderung entstehen. Nächster Schritt, ein sehr ähnliches Verfahren, ist der blaue Wasserstoff. Wiederum eine Dampfreformierung von Erdgas. Nur wird in dem Fall das CO2 nicht in die Atmosphäre abgegeben, sondern mit verschiedenen Carbon-Capture-Verfahren abgespalten und je nachdem, entweder verspeichert, was in vielen Ländern rechtlich oder auch technisch schwierig oder nicht möglich ist, oder, was den meisten für ihn sinnvoller ist, im Sinne eines Carbon-Capture-Dudization-Prozesses weiterverwendet. Da reden wir von vier bis sechs Tonnen CO2 pro Tonne Wasserstoff. Auch wieder abhängig davon, wie hoch die Effizienz des Absteigerprozesses ist. Und natürlich die Emissionen, die auch bei der Erdgasförderung mit entstehen. Letzte im Bunde der fossilen Brennstoffe, die ich Ihnen heute erklären oder näher bringen möchte, ist der türkise Wasserstoff. Basiert ebenfalls auf Erdgas, wird aber in einem anderen Prozess in der Pyrolyse bei sehr hohen Temperaturen in Wasserstoff und festen Kohlenstoff zerlegt. Zu den CO2-Emissionen, wie jetzt der feste Kohlenstoff als Emission zu werten ist, habe ich mir offen gelassen. Jedenfalls fallen nach wie vor die drei Tonnen pro Tonne Wasserstoff an, die bei der Erdgasförderung entstehen. Es gibt noch eine Reihe anderer Verfahren. Kohlevergasung, da spricht man dann von schwarzem Wasserstoff oder braunem Wasserstoff, je nachdem, ob es Steinkohle oder Braunkohle ist. Das sind aber beide Verfahren oder alle anderen Verfahren, die sich im Bereich der fossilen Energieträger abspielen, tragen nicht zur Dekarbonisierung bei. Und insofern für uns, glaube ich, heute auch nicht wirklich relevant. In der untersten Zeile kommen wir eigentlich zum heutigen Hauptthema, den grünen Wasserstoff. Grüner Wasserstoff basiert auf erneuerbaren Energien, sprich Wind, PV und Wasserkraft. Und wird mittels Elektrolyseverfahren aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff in dem Fall. Wenn Sie die CO2-Emissionen anschauen, reden wir hier von unter einer Tonne CO2 pro Tonne Wasserstoff. Warum gibt es überhaupt Emissionen? Lokal gibt es natürlich keine. Aber es fallen natürlich in der Vorkette der Stromerzeugung CO2-Emissionen mit an. Jetzt kommen wir zur Elektrolyse selbst als Produktionsprozess für grünen Wasserstoff. Ich möchte in der Folie gar nicht ins letzte Detail gehen. Da bin ich auch, glaube ich, die falsche Ansprechperson. Nichtsdestotrotz, die Funktionsweise ist für alle Verfahren, mit denen wir momentan arbeiten, mit denen wir uns beschäftigen, sehr vergleichbar. Man hat zwei Metallelektroden, an denen wird eine Spannung angesetzt. Und durch diese Spannung werden die Moleküle in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Je nachdem, welchen Elektrolyt man nutzt. Bei der alkanischen ist es eine Kali-Lösung. Bei der PEM-Elektrolyse ist es Wasser bzw. Wasserdampf bei der Hochtemperature-Elektrolyse. Wandern unterschiedliche Moleküle durch eine Membran, die die beiden Elektronen trennt. Und es bildet sich, wie gesagt, an der Anode Sauerstoff, an der Kantone Wasserstoff, auf der dann abgeführt werden kann. Das etablierteste System ist die alkanische Elektrolyse. Gibt es seit ca. 80 Jahren mit einem Leistungsspektrum von über 100 MW, die schon in Betrieb sind. Hat den Vorteil, dass es das kostengünstigste Verfahren im Vergleich der drei ist. Aber auch Einschränkungen hinsichtlich des flexiblen Betriebs, also der D-Lastwechsel. Das ist der große Vorteil der PEM-Elektrolyse. Ein jüngeres Verfahren. PEM steht für Proton-Exchange-Membran-Elektrolyse. Man sieht auch den Unterschied zur alkanischen Elektrolyse, dass nicht die Hydroxid-Ionen nach links zur Anode wandern, sondern die Membran eben Protonen, also Wasserstoff-Ionen, zur Kathode durchlässt. Das Verfahren ist noch jünger, hat sehr große Vorteile im flexiblen Betrieb. Wir sprechen hier von Lastwechsel von 10% innerhalb von einer Sekunde, die möglich sind. Wir haben noch eine Reise in der Kostendegression vor uns. Das heißt, all die Kostenreduzierungen, die wir jetzt in den nächsten Folgen auch besprechen werden, basieren zum Teil auf einer erwarteten Reduktion der Investitionskosten für die Anlage. Hochtemperatur-Elektrolyse als jüngstes Verfahren der drei wird einen höheren Effizienzgrad aufweisen, oder kann einen höheren Effizienzgrad aufweisen. Warum? Weil ein Teil der Energie durch Wärme zugeführt werden kann. Wir sprechen hier von 600, 700 bis 900 Grad Wärmezufuhr und dadurch auch einen reduzierten Strombedarf für die Elektrolyse. Damit würde ich es auch belassen und zur nächsten Folie weitergehen und kurz drüber reden, wofür wird Wasserstoff heute verwendet. Ich würde mit dem mittleren Balken, der so schön farbenfroh leuchtet, anfangen. Wenn Sie einen kurzen Blick darauf werfen, die größten Anwendungsfälle sind in der Raffinerie, zur Hydrierung von Kohlenwasserstoffen, in der Methanolerzeugung oder auch in der Ammoniakerzeugung, sowie einige sonstige Anwendungen im Bereich der Dermetologie oder auch der Fethärtung, zum Beispiel zur Hydrierung von Margarine, wird auch Wasserstoff benötigt. Wie sieht der Markt heute aus? Ich schaue auf den linken Balken. 80 Prozent des Wasserstoffbedarfs und Verbrauchs findet in einem sogenannten Captive-Markt statt. Das heißt, Wasserstoff wird da erzeugt, wo er auch verbraucht wird. Nur ein Fünftel des Marktes wird als Industriegase an Kunden via LKWs in Druckwasserstoffbehältern ausgeliefert. Die rechte Säule zeigt, woraus Wasserstoff global erzeugt wird. Ich habe vorher schon angesprochen, ein Großteil ist basiert auf fossilen Energieträgern. Heißt natürlich auch, dass aktuell im Jahr bis da steht 2020 Wasserstoff noch keinen wirklichen Beitrag zur Dekommunisierung bringt. Der Teil, der geringere CO2-Emissionen aufweist, ist kleiner als ein Prozent in Form der Elektrolyse, was Sie oben sehen. Natürlich, und deswegen beschäftigen wir uns bei Verbunden mit Wasserstoff, erwarten wir, dass dieser Anteil von Elektrolyse, Wasserstoff in den nächsten Jahren massiv ansteigen wird. Natürlich braucht es da die entsprechenden Rahmenbedingungen, Kosten, Gesundheit und so weiter. Da werden wir in den nächsten Folien nochmal dazukommen. Wenn wir auf die heutigen Anwendungsfelder schauen, möchte ich auch kurz darauf eingehen, was wir in Zukunft an Anwendungsfeldern sehen. Da gibt es eine sehr gute Aufarbeitung vom Hydrogen Council, der diese und noch weitere Anwendungsfelder in diese Wabenstruktur angeordnet hat. Ich möchte auch da nicht auf die einzelnen Fälle eingehen, sondern nur mal darauf hinweisen, wir sehen Wasserstoff da als sinnvoll angewendet, wo es um sogenannte Hard-Tour-Bait-Sektoren geht. Hard-Tour-Bait-Sektoren sind im Wesentlichen die Bereiche, die nicht einfach durch einen Fuel-Switch oder durch direkte Elektrifizierung dekarbonisiert werden können. Das ist einerseits, und das sind die vier Waben, die orangen Waben auf der rechten Seite, alles was im industriellen Bereich, in der Petro- und der chemischen Industrie stattfindet. Insbesondere, wie gerade schon erwähnt, Ammoniakherstellung und Methanolproduktion. Mobilität, da gibt es eine ganze Reihe Anwendungen auf der linken Seite in hellblau halten. Da muss man differenzierter an die Sache herangehen. Einerseits gibt es natürlich den Individualpersonenverkehr. Wenn wir über PKWs reden, ist wahrscheinlich allein aufgrund der Energieeffizienz das Thema Batterie, elektrische E-Mobilität in Vorteil. Je länger die Strecken, die zurückgelegt werden, je schwerer die Transportgüter sind, die bewegt werden müssen, oder je ausschlaggebender das Gewicht im Sinne der Energiedichte ist, kommen andere Anwendungen wie Wasserstoffe oder synthetische Treibstoffe ins Spiel. Die genauen Prognosen, wann in welchen Bereichen Wasserstoff eingesetzt werden kann und wird, ist alles noch ziemlich rarisch, schwer abzuschätzen. Das kann die Studie nur sehr ans Herz legen und natürlich muss man sich einzelne Use Cases im Detail anschauen. Dann möchte ich noch einen letzten globalen Ausblick machen. Wir haben hier die weltweite Nachfrage nach Wasserstoff dargestellt. Wir sind aktuell, wie vorhin auf der Folie schon zu sehen war, bei unter 80 Millionen Tonnen. Bitte zu entschuldigen, oben in der Überschrift steht Millionen Euro. Das ist natürlich ein kleiner Fehler. Da geht es um Millionen Tonnen. Wir haben verschiedene Studien verglichen, was man schön sieht. Es gibt, wie in jeder Prognose, eine Range. Die geht, je weiter man nach rechts geht, desto weiter geht die auf. Wenn man sich die unterste und den obersten Wert rausnimmt, das ist einerseits eine Studie der Shell, andererseits eine Studie des Hydrogen Council. Ich glaube, da haben beide Herausgeber unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Herangehensweisen an die Studie. Wir glauben, dass wir wesentlich näher oder in unseren Annahmen wesentlich näher an den Mittelwerten sind. Zum Beispiel den Prognose-Wert von IRENA, die auf Basis ihres Fundamentalmodells ca. bei 160, 150, 160 Millionen Tonnen Wasserstoff landen werden. Genug jedenfalls. Was sich aber in allen Studien einig sind, ist, der Hochlauf basiert zum größten Teil auf CO2-reduzierten Wasserstoffen, sprich auf den Farben, wie wir sie vorgehört haben, blau, grün und vielleicht türkis. So, und dann kommen wir auch schon zur Gretchenfrage und zur Frage nach der Wirtschaftlichkeit von grünem Wasserstoff. Ich habe ein bisschen geschummelt und habe Ihnen auf der Folie keine konkreten Zahlen mitgebracht, aber ich glaube, es macht Sinn, das Schema durchzugehen und die Werte auf der Basis zu vergleichen. Wir vergleichen grundsätzlich immer, wenn wir über Wirtschaftlichkeit sprechen, grünem Wasserstoff mit grauem Wasserstoff. Grauer Wasserstoff kostet aktuell in der Range zwischen 1,50 Euro und 2 Euro. Wir sind hier in der schematischen Darstellung von 1,50 Euro mal ausgegangen. Da kommt in Zukunft der Preis von Erdgas dazu oder weg. Das wird die Entwicklung zeigen, plus ebenfalls zukünftig auch Kosten für CO2. Wenn man diese Faktoren aufsummiert, werden wir im Jahr 2030 irgendwo zwischen den 1,50 Euro und 2 Euro mehr landen. Gleiches Spiel oder ähnliches Schema für den grauen Wasserstoff. Erdgaskosten werden die gleichen sein. Es fallen natürlich Carbon Capture Kosten an, sowie CO2 Kosten für den Teil, der nicht abgespalten oder nicht abgefangen werden kann, je nach Wirkungsgrad der CO2 Abscheidung. Da werden wir auf Basis der Zahlen, und das habe ich vorhin vergessen zu sagen, wir haben das auf Basis der Werte von 2020 mal durchgerechnet, reden wir von 2 bis 4 Euro im Schnitt. Grüner Wasserstoff, sieht man sehr schön auf der Grafik, ist aktuell noch teurer. Wir haben in der ersten Spalte daneben die Kostendegression, die wir erwarten im CapEx-Bereich. Und daneben die Stromkosten angetragen. Stromkosten sind der größte Kostenfaktor in der grünen Wasserstofferzeugung mit ca. 2 Drittel, 60 Prozent bis 2 Drittel des Kostenanteils. Wir sind ausgegangen von durchschnittlichem Strompreis für Industrieunternehmen von ca. 90 Euro im letzten Jahr, bis hin runter zum historischen Tief von 30 Euro pro Megawattstunde, die wir auch schon am Markt gesehen haben. Wichtig, und ich glaube, das ist die Message, die ich Ihnen da mitgeben möchte, wenn man die Linie vom grauen Wasserstoff rüberzieht, die ich bei dem Maximalwert gezogen habe, und ich glaube, da werden wir, meine Erwartung wäre sogar noch mehr sehen, allein weil der Dekaportizierungsdruck nicht schwächer, sondern eher stärker werden wird, muss grüner Wasserstoff gar nicht den absoluten Minimalwert erreichen, sondern selbst in der Range, die wir parallel zum grauen Wasserstoff sehen, gehen wir davon aus, dass wir 2030 wirtschaftlich sein werden, mit einigen Anwendungen natürlich auch schon früher. Ich habe gerade schon gesagt, Stromkosten sind der größte Kostenbestandteil von grünen Wasserstoff. Da drängt sich natürlich die Frage aus, wo kann man hingehen, um noch kostengünstiger Strom zu erzeugen. Diese Übung hat die IEA gemacht, und da möchte ich Ihnen die Weltkarte zeigen, wo angetragen wurde, in welchen Regionen der Welt der kostengünstigste Wasserstoff produziert werden könnte. Die Zahlen sind, glaube ich, zu klein, um die wirklich entziffern zu können. Ich glaube, die Message ist aber, je orange, je roter die Gegend oder die Region ist, desto günstiger könnte Wasserstoff erzeugt werden. Wenn man sich jetzt den Nahen Osten rausgreift und die Überlegungen weiterführt, sind natürlich in diesen Wasserstoffproduktionskosten, die die IEA da anführt, noch keine Produktionskosten enthalten. Wasserstoff, ich habe es eingangs schon erwähnt, ist das erste Element im Periodensystem, sprich ein sehr leichtes Element, diffundiert leicht, muss komprimiert werden oder in Umwandlungsprozessen, zum Beispiel in Ammoniak umgewandelt werden, um es vernünftig transportieren zu können. Auch da möchte ich eigentlich nicht wieder auf die konkreten Zahlenwerte eingehen, aber was man sehr schön sieht, auf der rechten Seite der Grafik, flüssiger Wasserstoff muss produziert werden. Das ist der türkise Teil mit dem helltürkisen Teil, eine kleine Range, eine Price Range, sowie Umwandlungskosten und Rückumwandlungskosten, die fallen beim flüssigen Wasserstoff nicht in der Form an, wie zum Beispiel bei Ammoniak. Ammoniak muss, falls es wieder in Wasserstoff umgewandelt werden soll, aufgespalten werden. Daneben nochmal aus einer anderen Berechnungslogik kommen die Kosten für unsere Produktion in der EU. Das heißt, wenn man alle Kosten des Transports mitrechnet, schaut das Bild schon wesentlich ausgeglichener aus. Ich möchte sogar nochmal auf einer globalen Perspektive mitgeben, Wasserstoff in Japan ist laut unseren Prognosen oder wird teurer sein als in Europa zur Produktion vor Ort. Das heißt, da wird sich auch der globale Wasserstoff den Weg in die Regionen suchen, wo er den meisten Gewinn machen kann. Fokus auf der Folie. Ich möchte noch sagen, bevor ich auf die nächste springe, ist der Transport via Hochseeschifffahrt, also noch nicht über Pipelines. Der Vorteil oder nicht nur der Vorteil, sondern die absolute Herausforderung wird sein, eine europäische Infrastruktur, ein Netzwerk für grünen Wasserstoff zu bilden, um genau diese Kosten, die wir gerade auf der vorherigen Folie gesehen haben, zu reduzieren. Da gibt es eine Arbeitsgruppe der europäischen Gasübertragungsnetzbetreiber, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Auch eine hervorragende Studie, die ich Ihnen sehr empfehlen kann, zum Thema European Hydrogen Backbone. Kurz zusammengefasst sieht diese Arbeitsgruppe in 2030 erste Wasserstoffinfrastruktur, erste Wasserstoffnetzwerke in den Regionen entstehen, wo Wasserstoff günstig erzeugt werden kann und wo es Anführungen von industriellen Unternehmen gibt. Einerseits im Norden Deutschlands, das basiert auf der Offshore-Wasserstoffproduktion oder Offshore-Windproduktion. Andererseits natürlich auch erste Anwendungen an Gegenden wie Nordafrika, wie man in der Leitung nach Süden sehen kann. 2035 wird das Ganze vernetzter und wächst zusammen, bis es letztendlich 2040 in einer fertigen Wasserstoff-Backbone mündet. Erst dann können wirklich vernünftige Handelsmarkt, oder eigentliche Wasserstoffmarkt entstehen. Der Weg dahin wird aber nicht nur noch ein langer, sondern auch ein bisschen steiniger sein. Die Bürosen der Netzbetreiber sind, dass wir 40.000 Kilometer an Pipelines bauen müssen. Dafür fallen Investitionen von ca. 40 bis 80 Milliarden Euro an. Annahmen dahinter sind, dass zwei Drittel der bestehenden Leitungen retrofitted werden können und ein weiteres Drittel neu gebaut werden muss. So, damit bin ich mit meinem allgemeinen Wasserstoff-Vortrag durch und würde gerne noch ein paar Worte zu Wasserstoff bei Verbund sagen. Und würde mich auf der ersten Folie, ich warte noch kurz, bis die Folie zu sehen ist, nur noch mal ganz kurz wiederholen, was Martin Wagner schon gesagt hat, oder was wir auf den vorherigen Folien im Prinzip schon diskutiert haben. Warum beschäftigt sich Verbund als Energieversorger mit grünen Wasserstoff? Einerseits, und da setze ich die energiesystemische Brille auf, sehen wir im Strommarkt heutzutage eine immer stärker werdende Volatilität. Keine Neuigkeit für sie. Mehr Wind, mehr PV führt zu immer größeren Mengen an volatiler Stromerzeugung. Das ist insofern wichtig für den grünen Wasserstoff, wenn natürlich da die Strommengen für grünen Wasserstoff herkommen. Andererseits braucht es auch Wasserstoff in weiterer Folge als Speicher oder als Medium, um das ausgleichen zu können. Wie wird es bisher getan? Wir haben große Flotte an Pumpspeicherkraftwerken mit einem Speichervolumen von 1,8 Terawattstunden und sind größter Anbieter von Regel- und Ausflächsenergie. Da möchte ich nochmal auf das Webinar, das mein Kollege Harald Ott vor ein paar Wochen hier gemacht hat und glaube ich immer noch im Online-Abruf bei S-Verweisen, der das Thema sehr schön erklärt. Das ist die energiewirtschaftliche Brille, die Dekarbonisierungsbrille nochmal ganz kurz am Beispiel Österreich erklärt. Wir reden über Ausbaustrategie für erneuerbaren Strom. Das ist im Wesentlichen nur der kleine oberer Teil, den Sie in diesem Energieflussschema wahrscheinlich nur erahnen können. 70 Prozent des Energiebedarfs in Österreich wird in Form von fossilen Importen gedeckt und genau das ist der Hebel, an dem wir ansetzen müssen. Und wir als Verbund glauben, dass wir mit unserer bestehenden Stromerzeugung, mit unserer bestehenden erneuerbaren Stromerzeugung, mit unseren Netztöchtern im Strom- und Gasübertragungsnetz die besten Voraussetzungen darstellen können, um da wirklich Partner für Lösungen im Wasserstoffbereich sein zu können. Und bevor ich jetzt auf unsere Projekte eingehe, würde ich ein kurzes Video einspielen lassen, das Ihnen unser Flagship-Projekt in Linz, das Heart for Future-Projekt, näher bringt. Europe's energy system will undergo a radical transformation over the coming decades. Climate change must be tackled, and industry is researching practical ways of reducing CO2 emissions. This calls for completely new technologies, particularly in steel production, und relies on the availability of sufficient renewable energy resources. As a result, the electricity sector is also searching for innovative supply solutions. These changes will allow new and mutually beneficial partnerships to develop, such as H2Future, a European flagship project. This project brings together energy suppliers, the steel industry, technology providers, and research partners, all working hand-in-hand on the future of energy. Six partners, one goal. Green hydrogen from green electricity. Together, they are developing innovative methods of exploiting renewables in order to produce hydrogen for use in sustainable steel production and other hydrogen-intensive industries. At the same time, the hydrogen plant will also provide grid services, thus delivering multiple benefits. Located in the Austrian city of Linz, the pilot plant uses electrolysis to convert green electricity into hydrogen. The PEM, or Polymer Electrolyte Membrane, electrolysis process used here can be easily scaled up and used for rapid response, making it an ideal choice for dynamic industrial processes and grid services. With an output of 6 MW, this large-scale facility is used in two ways. It uses green electricity to produce green hydrogen for industrial processes, and it is available as a power reserve for the transmission grid when needed. Such availability is increasingly important in an ever more complex energy system, and with fluctuating levels of electricity generated by wind and solar power. Demand response capability helps to balance energy flows, reducing the load on the grid. With green hydrogen being a prerequisite for the decarbonization of industry, research into hydrogen technologies plays a key role in our energy future, helping ensure that all our companies stay competitive on the global market. And green hydrogen strengthens Europe's pioneering role in renewable energies. With H2Future, we have joined forces to drive forward the long-term transition to sustainable industrial processes in Europe. Would you like to find out more about H2Future? Visit www.h2future-project.eu H2Future – moving into the future with green hydrogen. www.h2future-project.eu Ja, da bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich viel übrig zu ergänzen. Vielleicht noch ein kurzer Blick Richtung Zukunft der Stahlindustrie. Die Anlage mit 6 Megawatt Leistung, Perm-Elektriser mit 6 Megawatt Leistung, war zwar zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme die weltweit größte Anlage dieser Art. Mittlerweile gibt es in Kanada eine 20-Embria-Anlage, aber nichtsdestotrotz ein Meilenstein auch für die Stahlindustrie. Nichtsdestotrotz ist die Leistung oder die Menge an Wasserstoff, die in dieser Anlage produziert werden kann, ein kleiner Tropfen auf einen sehr, sehr heißen Stein für die Föster Alpine. Wenn wir über die Dekarbonisierung des Stahlsektors langfristig nachdenken, da reden wir von längeren Zeiträumen, also jenseits von 2030, werden unglaubliche Mengen von Wasserstoff gebraucht werden. In den ersten Hochrechnungen oder Prognosen, das ist wieder ein bisschen abhängig davon, welche Route gewählt wird, könnten dafür bis zu 400, 450.000 Tonnen Wasserstoff benötigt werden. Wenn man das umrechnet, den Strom, müssten wir anfangen, als Verbund eine zweite Donau zu graben und unsere komplette Erzeugung an der Donau zu duplizieren, um die Mengen an Strom zur Verfügung stellen zu können. Das heißt, es wird langfristig auch nur mit Importen gehen. Ein wesentlich kleineres oder perspektivisch kleineres Projekt zumindest ist unser H2 Zillertal-Projekt. Das ist eine Projektentwicklung zusammen mit den Zillertaler Verkehrsbetrieben, wo wir uns anschauen oder gemeinsam eine Lösung erarbeiten, um die bisherigen Dieselgarnituren der Zillertaler Bahn, die zwischen Jenbach und Mayerhofen verkehrt, zu dekarbonisieren. Insofern auch ein nicht unwesentlicher Beitrag, weil auf der Strecke 800.000 Liter Diesel verbraucht werden. Das führt, wenn man es dekarbonisiert und in Form von Wasserstoffgetriebenen Zuggarnitur servisiert, zu Treibhausgaseinsparungen von 2.000 Tonnen jährlich. Natürlich nur dann, wenn man grünen Wasserstoff verwendet. Der Strom für diese Anlage oder für den Elektroiseur kommt aus unserer Kraftwerksgruppe Mayerhofen. Das heißt, das ist kristallklares Wasser aus dem Zillertal, das wir hier für die Zillertalbahn verwenden werden. Das waren jetzt zwei Projekte zum Thema Dekarbonisierung, Industrie und Mobilität. Ich habe eingangs erwähnt, natürlich haben wir auch die Brille Energiesystem auf und schauen uns da in zwei Projekten. Einerseits an eine Hochtemperatur-Elektrolyse, auf die ich vorhin schon ganz kurz eingegangen bin. Die steht als Forschungs- oder als Pilotanlage an unserem Kraftwerkstandort in Mellach. Es ist noch eine sehr, sehr kleine Anlage mit 150 kW Leistung, beziehungsweise 20 kW Leistung im Brennstoffzellenmodus. Das heißt, die Anlage kann auch reversibel betrieben werden. Zum Größenverhältnis, das Gaskraftwerk daneben hat eine Leistung von 840 Megawatt. Dieser Container wird uns nicht unmittelbar retten, aber die Vision dahinter ist ganz klar, langfristig fossile Flexibilitäten durch Rückverstromung von grünen Wasserstoff ersetzen zu können. Einerseits durch Modelle wie dieses und durch Anlagen wie dieser in einem größeren Maßstab. Andererseits natürlich auch durch Rückverstromung in Form von Wasserstoffturbinen zum Beispiel, was wir perspektivisch auch weit nach 2030 sehen würden. Was dafür zuvor entstehen muss, ist neben der Möglichkeit, Wasserstoff auf wirklich in großem Volumen transportieren zu können, die Frage nach der Speicherfähigkeit oder den Speichermöglichkeiten. Dazu gibt es auch ein sehr spannendes Projekt zusammen mit einer ganzen breiten Konsortzimunterführung der RAK, wo es darum geht, sich ausgeförderte Gaslagerstätten für die Nutzung oder für die Speicherung von Wasserstoff anzusehen. Vielleicht, was ich einleitend noch nicht erwähnt habe, unsere Netz- oder Stromnetzdochter ABG hat vor zwei, drei Jahren ausgerechnet, wenn wir wirklich unsere Stromausbauziele erreichen wollen, werden wir im Jahr 2030 eine Strommenge von circa 10 Terabattstunden vom Sommer in den Winter schiften müssen. Und dazu braucht es eben Speichermöglichkeiten. Unsere Pump- oder unsere Speicherkraftwerkgruppen haben zusammen Speichervolumen von 1,6 Terabattstunden. Allein diese Gaslagerstätte hat, ich glaube, 4,8, 4,6 Terabattstunden. Das heißt, man sieht vom Größenverhältnis, wie wichtig Gasspeicher sein werden. Was wird in dem Projekt erforscht? In den Vorprojekten wurde erforscht, ob sich diese Gaslagerstätten überhaupt eignen. Jetzt wollen wir den saisonalen Tunus einmal durchlaufen, sprich, es wird Wasserstoff eingespeichert und am Ende des Jahres wieder ausgespeichert. Die interessante, oder eines der interessanten Arbeitspakete, an dem wir wirklich intensiv daran arbeiten, ist die Möglichkeit, den Wasserstoff nach der Ausspeicherung wieder aufzureinigen, um in industriellen Anwendungen oder auch in der Mobilität für Brennstoffzellen nutzen zu können. Und da würde ich mit unseren Forschungsprojekten abschließen und noch einen Ausblick auf die ersten industriellen oder ersten Projekte in der industriellen Skalierung gehen. Unser Projekt Seed to Patch, die verkabende Produkte Austria, beschäftigt sich mit einer sektorübergreifenden Wertschöpfungskette mit dem Ziel, CO2-Emissionen aus dem Zementwerk in Mannersdorf unseres Partners Lafarge Zementwerke zu nutzen und mit Hilfe von grünen Wasserstoff weiter zu synthetisieren zu Kohlenwasserstoffketten, die dann von OMV und Borealis in weiterer Folge zu erneuerbaren Kunststoff weiterverarbeitet werden. Die Vision ist auch hier ganz klar in Richtung großflummige Anwendung. Aktuell im Demo-Projekt arbeiten wir an einer Verarbeitung von einer CO2-Menge von ca. 10.000 Tonnen. Das ganze Zementwerk hat CO2-Emissionen, die um einen Faktor 70 höher sind. Das heißt, auch hier brauchen wir wieder unglaubliche Mengen Wasserstoff, die wiederum unglaubliche Mengen Strom brauchen. Und da sind wir wieder bei unserem Importbedarf. Auch da haben wir uns schon Gedanken gemacht. Ich habe vorhin schon über das Hydrogen-Backbone gesprochen, also über den Ausbau der Wasserstoffnetze. Wir haben uns überlegt und uns mit dem Projekt seit ca. zwei Jahren beschäftigt, wie kann man in der Zwischenzeit Wasserstoff transportieren, solange es diese Netzwerke nicht gibt. Unser Ansatz war, wir gehen in Länder, wo wir großflächig erneuerbare Windstrom erzeugen können. In dem Fall, oder in dem Beispiel Rumänien, produzieren vor Ort in einem Off-Grid-Setting Wasserstoff und transportieren diesen Wasserstoff über Binnenschiffe nach Österreich und Süddeutschland. Ja, wir haben dieses Projekt im Rahmen der europäischen IPCEI-Förderprozesse eingereicht. Leider muss man sagen, ist dieser europäische Gedanke da noch nicht gelebt worden. Und das Projekt wurde im ersten Schritt noch nicht mit aufgenommen. Nichtsdestotrotz bleiben wir weiter an diesem Import-Thema mit dran. Wir überlegen uns, andere oder weiter ausgereifte Möglichkeiten, Wasserstoff zu importieren. Auf dem Weg dahin gibt es viele spannende Anwendungsfälle in Bayern und in Österreich, wo wir Elektrolyseure oder größere Elektrolyseure testen. Nicht nur testen, sondern errichten und betreiben wollen. Da sind wir gerade in diversen Projektentwicklungen und Evaluierungen von Anlagenvarianten. Sobald wir hierzu mehr oder Konkretes sagen können, sind wir natürlich sehr froh, darüber berichten zu können. Und ich glaube, ich habe gesagt, ich werde ein bisschen überziehen. Ich habe gewaltig überzogen, bin am Ende und hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen übrig. Vielen Dank. Vielen Dank, Peter. Hat sich ausgezahlt, das Überziehen, für den wirklich hochspannenden Vortrag. An Sie nochmal mein Hinweis an die Chatfunktion. Wir können gerne ein bisschen überziehen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns. Wir haben sehr, sehr viele Fragen bekommen in der Zwischenzeit. Alle Fragen, die wir nicht in der Sendung beantworten können, werden wir schriftlich beantworten. Eine Frage kann ich schon beantworten, die sehr oft gekommen ist. Den Vortrag vom Herrn Eiler bekommen Sie automatisiert, soweit ich weiß, per E-Mail zugeschickt heute nach der Sendung. Martin, vielleicht an dich erste Frage. Nach der spannenden Präsentation nochmal zusammenfassend. Wo wird Wasserstoff zukünftig vorwiegend eingesetzt und warum ist man überzeugt, dass das im industriellen Kontext der Energieträger der Zukunft ist? Ja, das Ganze ist ein Thema von Fristigkeiten. Und in der kurzen Frist sehen wir den Wasserstoff als ein ganz klares Thema, das in der Industrie, in der stofflichen Verwendung, in neuen Anwendungen, in der Substitution von konventionellen Prozessen auf Wasserstoffprozesse spielt. Es ist vorher schon gesagt worden, das ist einerseits ein Thema in der Stahlindustrie, auf der anderen Seite in der Erzeugung von Kraftstoffen. Und dieses ganze Thema Dekarbonisierung der Industrie, da kann der Wasserstoff wirklich einen wesentlichen Beitrag leisten. Natürlich muss man dort schauen, aus welchen Beweggründen das passiert. Es gibt natürlich auch hier einen starken Druck wahrscheinlich in Zukunft in den Supply-Ketten, denn es ist notwendig, sich hier immer nachhaltiger aufzustellen. Und da kommt sozusagen, wenn man die Automobilindustrie hernimmt, denke ich von den Herstellern einfach viel Druck, dass die ganze Kette bis nach unten sozusagen dann auch immer grüner wird. Und Wasserstoff kann eine Möglichkeit sein, diese Vergrünung der Prozesse sozusagen zu ermöglichen. Das ist das Erste in der kurzen Frist. In der mittleren Frist hat der Wasserstoff weitere Anwendungsgebiete. Das kann in Richtung, in den Zusammenhang mit der Energieerzeugung gehen, dass es ja durch die fluktuierende Erzeugung notwendig ist, dass man Energieüberschuss transformiert, zum Beispiel vom Sommer in den Winter. Da kann über das Gasnetz der Wasserstoffe eine Rolle spielen oder auch zur Klettung der Probleme im Netz. Denn so viel wie jetzt erneuerbare Kapazität ans Netz geht, der Strom muss verbraucht oder transportiert werden und es kann eine Möglichkeit sein, diesen Überschuss sozusagen direkt in Wasserstoffanlagen ganz einfach zu verbrauchen. Das letzte Thema ist das Thema Transport. Hier haben wir einerseits über eines meiner Lieblingsprojekte gesprochen im Zielertal, denn das ist so ein schön sichtbares Projekt, wo man wirklich mit einem Wasserstoffzug statt dem unter Anführungszeichen konventionellen kalorischen Zug fahren kann. Und dort sehe ich aber auch den Anwendungsbereich, denn ich denke, dass der Individualverkehr jetzt sehr stark durch die Elektromobilität besetzt ist. Zu dem Thema kommen wir vielleicht eh später nochmal. Man muss ja, Herr Eiler, einräumen, dass die Wasserstoffherstellung derzeit unfassbar ineffizient ist. Wie hoch ist da der Wirkungsgrad und wie teuer ist das derzeit? Und kann man sagen, wie sich da die Entwicklung der Herstellungskosten, wie das in der Entwicklung wird? Ja, Effizienz ist immer eine Frage, mit was vergleiche ich es. Was sind die bestehenden Technologien oder die alternativen Routen? Aber grundsätzlich zum Wasserstoff, und ich glaube, es gibt tatsächlich Dinge, die ich im Vortrag vergessen habe zu erwähnen. Wasserstoff hat ein Energiegehalt von ca. 33 Kilowattstunden pro Kilo oder auf die Tonne gerechnet von 33 Megawattstunden. Aktuell brauchen wir ca. 55 Megawattstunden zur Produktion. Das heißt, wir reden von einem Wirkungsgrad von ca. 60% bis 66% oder hohen 60%-Werte, die wir erreichen werden. Bei der Hochtemperaturelektrolyse kann das Ganze sich, oder wird sich das Ganze im 80%-Bereich ca. abspielen. Wie werden sich die Kosten entwickeln? Das haben wir kurz auf der Grafik gesehen, auch wenn ich mich nicht getraut habe, die Zahlenwerte hinzuschreiben. Aber ich glaube, erwähnt oder erklärt habe ich sie trotzdem. Aktuell reden wir von ca. 6-7 Euro, je nachdem, wie das genaue Setting ist. Man muss immer ein bisschen aufpassen, was man vergleicht. Es wird meistens vorgerechnet, was die Standalone-Wasserstoffproduktion in der Elektrolyse ist. Was da noch fehlt, ist, in welcher Qualität, auf welchem Druckniveau brauche ich den Wasserstoff? Da gibt es viele Vergleiche und nicht alles, was hinkt, ist bekanntlich einer. Aber wir sehen natürlich die Kosten, die gesund einerseits aus dem CapEx-Anteil kommend. Da werden die Investitionskosten der Anlagen günstiger werden. Andererseits natürlich aus dem Strom. Jetzt schaue ich nicht zu meiner Geschäftsführung rüber, aber aus Wasserstoff-Sicht hoffen wir natürlich, dass der Strom möglichst günstig wird, um die Kosten erzielen zu können. Also Energieerzeuge ist wahrscheinlich ein anderes Spiel. Nichtsdestotrotz, wir werden viel günstige, grüne Energie brauchen. Und da sind wir als Verbund ja auch dabei, einen Beitrag zu leisten mit unserem Ausbau der erneuerbaren Erzeugung. Jetzt werden wir aber doch in Zukunft, selbst bei positivsten Szenarien, nicht annähernd in der Lage sein, den grünen Wasserstoff in Österreich herzustellen, den wir auch brauchen. Das heißt, es wird Import, wie Sie es ganz am Schluss schon angekündigt haben, eine Rolle spielen. Welche? Welche Importmöglichkeiten? Ich glaube, wir denken da ein bisschen in einem Phasenmodell. Es wird unmittelbar lokale Erzeugungsmöglichkeiten bekommen, um die ersten industriellen Anlagen hochzuziehen und die Technologien weiter ausreifen zu lassen, die Kostendegressionen, die wir sehen, auch zu ermöglichen. Momentan werden die Elektrosöhre noch sehr, ja, nicht in der Manufaktur, aber noch nicht in Großherrenproduktionen gefertigt. Da sind die großen Hersteller alle gerade dran. Das heißt, da wird sich noch massiv was tun. Wenn wir diesen, sagen wir mal, lokalen Hochlauf bewältigt haben, werden die Wasserstoffmengen, die Bedarfe langsam immer größer werden. Die Industrien, die große Mengen Wasserstoff brauchen werden, die Stahlindustrie schon ein paar Mal angesprochen, werden sich mehr und mehr in diese Richtung bewegen müssen, wenn man die Klimaziele anschaut. Und dadurch steigt dann auch in der nächsten Phase der Bedarf an Importe. Und da gibt es verschiedene Varianten, nicht nur aus europäischen Ländern, wo gute Produktionsmöglichkeiten bestehen, aber auch immer die Wasserstoffstrategien, dann öfter mal Ukraine als Produktionsstandort. Nordafrika ist natürlich auch interessant. Und da glaube ich, wird es wichtig werden, dass wir als Standort, ich denke jetzt speziell an Österreich und in den süddeutschen Raum, dass wir an diese Wasserstoffpipelines und diese Wasserstoffinfrastruktur angeschlossen werden, weil sonst haben wir massive Nachteile als Wirtschaftsstandort. Und ich glaube, da haben wir mit dem Mehrheitsanteil der Gaskonnekt, den wir erworben haben, auch einen guten ersten Wurf gemacht, auf den man aufbauen kann und perspektivisch an dieser Wasserstoffvision, nicht der von Chauvern, aber vielleicht der europäischen oder unserer eigenen, arbeiten zu können. Ein Zuseher fragt, welche technischen Voraussetzungen müssen denn eigentlich erfüllt werden, um Wasserstoff in das Erdgasnetz einspeisen zu können? Wie viel Prozent sind das derzeit, die da schon transportiert werden? Was wird das in Zukunft sein? Also prinzipiell, es gibt die Möglichkeit, Wasserstoff ins Erdgasnetz einzuspeichern. Das ist aktuell im einstelligen Prozentbereich möglich oder erlaubt. Die Netze würden sogar noch mehr vertragen. Die Frage ist, was können die Abnehmertechnologien, sprich die Verbraucher von Erdgas bisher, welchen Prozentsatz an Wasserstoff können, die vertragen? Da gibt es verschiedene Untersuchungen. Auch wir beschäftigen uns mit dem Thema, hat ein bisschen anderes Brennverhalten, andere Temperaturen etc. Das ist, sage ich mal, ein bisschen eine Gewährleistungsfrage. Was man bei dem Thema dazu sagen muss, ist, natürlich macht es Sinn, bestehende Infrastruktur zu nutzen. Der Nachteil ist, wenn ich Wasserstoff ins Erdgasnetz einspeise, dann fallen mir viele Anwendungen weg, wo ich den Wasserstoff stofflich brauche, wie zum Beispiel Ammoniak oder jede Art von Verwendung, wo ich mit dem Molekülwasserstoff arbeiten will. Im Erdgasnetz kann ich es in erster Linie thermisch verwenden und das ist, sagen wir mal, vom Preispunkt her die teuerste Anwendungsform. Das macht dann Sinn. Und das ist, ich lege kurz die Brücke nochmal zu unserem Anagoran-Sans-Deutsch-Projekt, wo im Prinzip genau die Technologie erforscht und erprobt wird, um Wasserstoff aus einem Gasgemisch wieder rauszufiltern. Wenn uns das gelingt, ist es wieder mal eine Frage von Effizienz, wenn natürlich wieder Prozessschritte dazukommen, die natürlich Geld kosten. Aber dann wäre es natürlich möglich, die saubere Variante ist, wenn man Wasserstoff wirklich als Wasserstoff, also auch als Molekül direkt verwenden will, ist, dass man Pipelines umbaut, retrofitted, quasi für Wasserstoffauslegung umrüstet. Dann zu 100 Prozent. Genau, die dann zu 100 Prozent Wasserstoff führen. Das kann einerseits durch eine Umwidmung sein, es kann aber auch sein, dass man die Trassenführungen perspektivisch nutzt und da neue Wasserstoffleitungen legen kann und neue Wasserstoffpipelines streng geliehen kann. Thema Mobilität und Wasserstoff. Ein Zuseher fragt, wie sehen Sie den Einsatz von Wasserstoff in der Mobilität durch Direktverbrennung? Also nicht durch aus Wasserstoff dann noch mal künstlichen Kraftstoff herzustellen? Ich muss gestehen, wir haben uns das Thema noch nicht im Detail beschäftigt. Ich weiß, dass sich Fahrzeughersteller wieder mit dem Thema mehr beschäftigen, als sie das noch vor ein paar Jahren getan oder kommuniziert haben. Ich kann jetzt zu Effizienzwerten von Wasserstoffverbrennungsmotoren nichts sagen. Grundsätzlich haben wir natürlich immer da, wo verbrennt wird, eine große Wärmeentwicklung. Und wenn man vorhin das Stichwort schon Effizienz gefallen ist, ich glaube, das ist das Ineffizienteste, was wir aktuell gerade haben, ist der Verbrennungsmotor im Pkw. Von der gesamten Energiemenge werden, glaube ich, nur 30 Prozent oder bis zu 40 Prozent im Idealfall in Mobilität umgesetzt. Wenn ich fahre, sind das wahrscheinlich eher 20 Prozent. Also je nach Spritz schonender Fahrweise. Der Rest geht über Wärme und über Abgase verloren. Das heißt, das Thema wird man auch im Verbrennungsmotor für Wasserstoff in irgendeiner Form haben, wobei mich möglicherweise jetzt die Experten geißeln werden, weil ich dem Thema wirklich noch nicht viel Erfahrung gesammelt habe. Vielleicht nur ein paar wenige Worte noch dazu. Also aus meiner Sicht, glaube ich, ist es einfach eine Realität geworden, dass Elektromobilität die nächsten Jahre bestimmt. Es ist so wahnsinnig viel investiert worden in die Automobilentwicklung, aber auch Milliarden in die Infrastruktur. Also das heißt, wir werden uns im Individualverkehr gerne damit abfinden, zumindest aus unserer Perspektive, dass Elektromobilität hier das bestimmende Element ist. In anderen Anwendungen, wie gesagt, im Schwerverkehr, mag es sein, dass es gute Anwendungen gibt, Schiffe, Eisenbahnen, was auch immer. Wir müssen leider, wenn wir zeitlich wirklich eng sind, schon wieder zum nächsten Thema. Welche Förderungen zur finanziellen Unterstützung von Wasserstoffprojekten gibt es denn in Österreich und in Deutschland? Also es gibt mit den Visionen kommt natürlich auch die Bereitschaft, wirklich Geld in den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur zu investieren. Anfangen tut es, wir haben es vorhin schon erwähnt, beim European Green Deal und nicht nur der Wasserstoffstrategie, sondern auch dem Ziel der EU, klimaneutral zu werden. Da gibt es mit dem Innovation Fund und diesen IPCI-Prozess, den ich vorhin schon angesprochen habe, großartige Möglichkeiten oder Förderprozesse, um wirklich in diese Infrastrukturerrichtung zu kommen. Ich glaube, die EU hat veranschlagt, bis zu 450 Milliarden Euro investiert werden müssen. Ich glaube, ca. 140, 150 Milliarden sollen in Förderung kommen. Das ist das EU-Bild. In Österreich haben wir ja mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz auch sehr schöne Bestandteile, die Wasserstoff betreffen. Da reden wir über jährliche Förderung von 40 Millionen Euro für Wasserstoffproduktion. Ähnliches macht Deutschland mit den Förderrichtlinien, die sie vergeben haben. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich eine Zahl nennen würde. Aber auch da gibt es Bestiebungen, nicht nur Elektrolyseure, sondern auch die ganze Infrastruktur drumherum zu errichten. Ich habe es tatsächlich geschafft, über Wasserstoff zu reden, ohne einmal das Henne-Ei-Problem zu nennen. Natürlich ist Wasserstoff produzieren können die eine Sache. Es braucht auch Unterstützung bei den ganzen nachgelagerten Aktivitäten, wie zum Beispiel Brennstoffzellen, Fahrzeuge, Tankstellen, wenn man sich die Mobilität anschaut, oder die Umrüstungen, die in den industriellen Anlagen auch getan werden müssen. Nicht nur in der Stahlindustrie, sondern auch im kleineren Maßstab, bei vielen anderen Anwendungen. Welche Anreizsysteme seht ihr in der Pipeline in Zukunft, die dann auch schon Unternehmen betreffen? Ich meine, wir haben ja speziell zum Fall Österreich ein paar Eckpunkte einzementiert mit den Klimastrategien. Einerseits, wir wollen bis 2030 im Strombereich finanziell CO2-neutral werden, 2040 komplett CO2-neutral. Da gibt es schon erste Überlegungen, angefangen von der Grüngasquote bis zum Herkunftsnachweissystem. Der auch wirklich den Weg des grünen Wasserstoffs nachvollziehbar macht und dadurch auch bepreisbar macht. Da gibt es, glaube ich, noch viele andere Möglichkeiten, die diskutiert werden. Was für mich, glaube ich, der entscheidende Fakt ist, ist das Thema Kostentransparenz. Weil wir machen die ganze Übung ja nicht, weil wir mit Wasserstoff günstiger werden, dem, was wir aktuell machen, sondern weil wir ein anderes Problem haben. Und das steckt leider in der Klimathematik mit drinnen. Insofern werden wir langfristig das Thema Kostentransparenz auch für CO2-Emissionen mit berücksichtigen müssen. Und da geht es, glaube ich, noch, die wirklich idealen Anreizsysteme zu schaffen. Das wird auch notwendig sein, wenn wir wirklich diese Ziele schaffen wollen, mit 2030 die Stromversorgung erneuerbar gestellt zu haben. Dabei sozusagen noch einen Maßnahmenplan für grünes Gas in die Realität zu heben und dann bis 2040 klimaneutral zu sein. Dann braucht es, glaube ich, ein ausgewogenes und ausgeklügeltes System von Förderungen. Und da ist schon vieles in der Pipeline und das ist gut so. Vielleicht noch als kurze Ergänzung, weil wir gerade über Österreich gesprochen haben. Natürlich ist das CO2-Emissionsthema ein globales. Das heißt, es werden auch ganz, ganz stark die Mechanismen gefragt sein, die uns als Wirtschaftsstandort im Inland natürlich nicht benachteiligen, sondern diese Kosten, die wir möglicherweise auf uns nehmen müssen, um CO2-neutral zu werden, auch von möglichen Import- oder Importeuren, Importmöglichkeiten, nicht nur für Wasserstoff, sondern auch für alles, was an Güter und Produkten eingeführt wird, abzuverlangen. Oder, wie es so schön heißt, ein Level-Playing-Field zu schaffen, damit ich auch das Passwort noch in den letzten Minuten reinkriege. Für eine CO2-Steuer-Grenzabgabe. Wäre eines der Themen, die diskutiert wird. Vielen herzlichen Dank, meine Herren. Es tut mir wirklich leid, dass wir so wenig Zeit haben heute. Bevor ich mich verabschiede, noch mal der Hinweis, die wirklich unfassbar vielen, auch teilweise sehr technischen und detaillierten Fragen, die wir bekommen haben, auf die werden wir schriftlich antworten heute noch am Nachmittag und die Präsentation, die großartige von in der Früh, bekommen Sie zugeschickt. Mir bleibt es noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Von Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich wünsche Ihnen noch einen produktiven Mittwochvormittag und bleiben Sie trotz aller Umstände, unter denen wir derzeit leiden, heiter. Dankeschön. Wiedersehen.